Hey da draußen oder da drinnen, hier sind wieder Strong und Flex und heute möchten wir mit euch über gesundes Sitzen sprechen. Okay, wir versuchen es mal auf den Punkt zu bringen. Man braucht auch nicht mal um den heißen Brei reden. Es gibt genug Studien, Sitzen auf herkömmlichen Stühlen ist nicht unserer Natur entsprechend, ist eindimensional und ist ungesund. Und das ist einfach, da kann man direkt einen Punkt und ein Ausrufezeichen oder ein Häkchen dahinter machen, das weiß man. Das heißt, wir brauchen eine andere Lösung und müssen uns die Frage stellen, wie sieht gesundes Sitzen aus? Wir sitzen nicht umsonst auf dem Boden, das ist des Menschen Natur. Homo sapiens, wir waren Jäger und Sammler, wir hatten keine Stühle, keine Sessel. Der erste Stuhl, das Wort kommt von Stuhle, Thron, den gab es, als wir uns dann angesiedelt haben, 9000 vor Christus, als wir sesshaft geworden sind, heißt ja auch schon sesshaft werden. Und dann gab es einen Thron zum Repräsentieren. Und so sind die Stühle entstanden, nicht aus Gesundheitsüberlegungen heraus, die waren damals sowieso noch bedingt relevant, da war man einfach noch extrem aktiv, hatte noch keine, was weiß ich, Rückenschmerzen, Nacken, den ganzen Kokolores, den wir heute als Zivilisationskrankheit haben, gab es nicht. Deswegen hat man den Thron zum Repräsenten, zum Repräsentieren gebraucht und nicht und zum gesund Sitzen. So ist das Ganze dann entstanden und ist in eine unglaubliche Vielfalt an diversen Trönen gemündet. Es gibt ja immer noch den Chefsessel, diverse Stühle aller Art, aber die Nutzbarkeit ist dysfunktional, nicht unserer Natur entsprechend eindimensional und ungesund, das ist bewiesen. So, Homo sapiens hat also auf dem Boden gesessen, so weit brauchst du aber gar nicht zurückgehen, weil wir müssen einfach nur unsere Kinder anschauen. Wenn die aufwachsen, spielen die hauptsächlich am Boden. Die nehmen sich nicht extra einen Stuhl und einen Tisch und fangen an, ihre Autos und Spielzeuge dahin zu legen, sondern das geht am Boden los. Das heißt, dieses natürliche Sitzprogramm ist in uns angelegt und da brauchst du gar nicht sehr weit in die Evolution zurück. Das reicht, wenn du dir einfach einen jungen Menschen anschaust, der aufwächst, der verbringt seine Zeit auf dem Boden, der lernt die Hocke auf völlig natürliche Art und Weise. Kein Erwachsener zeigt ihm die Hocke, weil die meisten Erwachsenen vielleicht auch noch nicht mal in der Lage sind, in die Hocke reinkommen zu können. Und die Positionen, die sich am Boden abspielen, die sind nicht über einen längeren Zeitraum gehalten, sondern sie sind sehr, sehr variabel. Es ist ein dynamisches Zeitverbringen auf dem Boden selber. Also wenn man das Sitzen von dem Aspekt betrachtet, dann muss man einfach sagen, okay, es braucht eine ebene Fläche und es braucht eine unglaubliche Varianz der Sitzposition und nicht des Stuhls oder des Sitzmöbels. Jeder weiß also, wie gesundes Sitzen funktioniert. Jeder hat es in seinen Genen, also jeder von euch, der da jetzt gerade dieses Video sieht, hat das selber gemacht. Ihr habt es nur möglicherweise vergessen und auch die Fähigkeit verloren, natürlich zu sitzen, weil in dem Moment, wo ich auf dem herkömmlichen Stuhl sitze und bei 90 Grad immer Schluss ist im Kniewinkel, sich die Spannungsverhältnisse negativ verändern und es auf einmal für mich ein großer Stress ist. Es gibt viele, viele Leute, die können sich nicht auf die Ferse setzen. Ganz, 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 ganz viele Leute können nicht hocken. Für viele ist der Schneidersitz, das merke ich in meinen Yoga-Stunden, relativ schnell die Hölle. Aber es liegt einfach nur daran, dass man es nicht macht. Use it or lose it. Und das ist das Problem und wir wollen euch dahin wieder zurückführen, weil es ja extrem wichtig ist, denn im Durchschnitt verbringt man acht Stunden im Sitzen. Wenn diese acht Stunden ungesund sind, kann ja nichts Gutes dabei rauskommen. Und wir haben uns einfach dieses ganze Bild mal angeschaut und haben gesagt, okay, gesundes Sitzen machen uns die Kinder vor, gesundes Sitzen findet auf dem Boden statt, aber wir sind eben keine Asiaten und selbst die haben irgendwie Büros mit Tischen. Wir sind Europäer, wir benutzen Privattische zum Essen etc. Im Homeoffice, ich kenne niemanden, der hier irgendwo in der Bank auf dem Boden arbeiten darf. Und deshalb müssen wir den Boden nach oben holen. Das haben wir mit unseren Sitzmöbeln gemacht und wir wollen euch das einfach nochmal kurz zeigen, wie das dann funktioniert und aussieht, damit ihr gesund sitzen könnt, variabel sitzen könnt, dynamisch sitzen könnt, artgerecht sitzen könnt und im Grunde genommen euer Mobilisationstraining während des Arbeitens habt. Dem Menschen das gesunde Sitzen beibringen, das ist ungefähr wie, keine Ahnung, dem Haifisch das Schwimmen beibringen, weil wie gesagt, es ist ja die Natur. Ich habe mich jetzt hier mal auf den Paleo Chair Mini gesetzt und wir haben mal einen Standard Paleo Chair, also den großen, hier als Tisch aufgestellt, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. So einfach ist das. Wir haben jetzt einen 70er Höhenstandardtisch, ist so roundabout 72,5, also ein klein bisschen höher. Aber wann immer du jetzt keinen höhenverstellbaren Schreibtisch hast, sagen wir mal, du bist jetzt auch im Homeoffice und hast nicht den Luxus eines tollen Büros, arbeitest am Esstisch oder so oder hast eben in deinem Büro keinen höhenverstellbaren Schreibtisch oder in deinem Homeoffice, dann ist etwas mehr als 70 ungefähr die Standardhöhe und da ist eigentlich der Perfect Match der Mini. Der hat zwar eine etwas kleinere Spielwiese, aber du wirst gleich sehen, du kannst ihn sehr, sehr variabel einsetzen. Ich bin jetzt in einer der Grundpositionen, dem Fersensitz und ich mache mir das Leben gerade ein bisschen leichter. Ich benutze das Paleo Pillow hier als Unterstützung, sodass meine Knie ein bisschen weniger Last bekommen, meine Sprunggelenke ein bisschen weniger Last bekommen. Für viele ist diese Position am Anfang nicht möglich oder nur sehr kurz, aber das ist ja genau das Ding. Für die ist es dann einfach das perfekte Training während des Arbeiten. Da bist du vielleicht dann ohnehin ein bisschen im Kopf, ein bisschen abgelenkt auch von dem einen oder anderen. Den Schmerz kannst du ein bisschen Zeit da dringend verbringen, wechselst die Position und so holst du dir all diese wichtigen, natürlichen Positionen zurück. Wir haben vier Grundpositionen definiert, das haben wir auch schon ganz am Anfang im Video mal gezeigt. Wir haben noch den Schneidersitz als Grundposition genommen, den Grätssitz, wo ich einfach die Beine zu den Seiten rausnehme und natürlich die Hocke. Bei der Hocke ist es jetzt so, dass wir bei unseren Paleo Chairs immer eine härtere Seite haben und eine weichere Seite. Die härtere ist immer die, wo der Reißverschluss ist. Also für die Hocke würde ich jetzt mir die Reißverschlussseite nach oben nehmen und dann könnte ich in die Hocke gehen. Und da, wie vorhin beschrieben, und das weißt du auch selber sicher, viele das eben nicht können, haben wir jetzt brandaktuell ein neues Tool am Markt, den Paleo Wedge, also einfach ein Keil, den man dann drunter schieben kann. Und in dem Moment kriegt der Paleo Chair eine Neigung und es wird für mich viel, viel leichter, in die Hocke zu kommen, in der Hocke zu arbeiten. Dann könnte ich noch zusätzlich auch nochmal das Kissen, vielleicht sogar hochkant hin positionieren. Und dann können wirklich die meisten, ich sage jetzt mal nicht jeder, aber die meisten können dann in die Hocke gehen. Und der Wedge wirkt sich natürlich, der Keil wirkt sich natürlich auf alle Sitzpositionen aus. Also ich komme dann auch leichter in den Schneidersitz etc. Das große Geheimnis ist, mal abgesehen davon, dass wir hier in natürlichen Sitzpositionen sind, ist einfach die Variabilität. Dass ich ja sehr unfassbar viele Sitzpositionen einnehmen kann. Ich kann ja jetzt jede Grundposition miteinander kombinieren. Schneider und Grätsch, Grätsch und Hocke und das Ganze auf der anderen Seite und Hocke und Fersensitz und so weiter. Das kannst du für dich weiterspinnen. Er gibt einfach schon mal extrem viele verschiedene Positionen, eine unglaublich hohe Variabilität. Ich kriege immer andere Winkel. Die Wirbelsäule wird die ganze Zeit mobilisiert. Also ist eine Riesenhilfe beim Thema Rückenschmerzen oder eine mega Präventionsmaßnahme. Es ist jetzt nicht so, dass der Paleo-Chair deine Rückenschmerzen wegzaubert. Vielleicht musst du auch noch die eine oder andere Übung machen. Aber es ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Jetzt kurz noch der Vorteil zum Mini, wenn du keine Höhenverstellbarkeit hast. Ich tue mal das Pillow kurz beiseite. Im Übrigen handelt es sich hier gerade um die wunderschöne und elegante Farbe Kieselgrau. Ein sehr, sehr helles Grau. Und die Kissen, das war jetzt Kohle-Athrazit und dann das Platin-Braun. So, also wenn du keine Höhenverstellbarkeit hast. Wie gesagt, ein Standard-Tisch ist ein bisschen höher als jetzt hier unser etwas improvisierter Paleo-Chair als Tisch. Jetzt habe ich hier die Barhocker-Funktion. Ich kann selbst, wenn der Tisch jetzt tatsächlich so niedrig wäre, also 70, kann ich auch von, je nachdem wie nah ich damit dran bin, auch von oben herab arbeiten, essen etc. Wir reden ja nicht nur von Büroarbeit. Also wir haben das, der Strong und ich, wir haben das zu Hause ganz normal als Sitzmöbel am Esstisch. Sehr, sehr variabel kann man das Ding ja auch durch die Wohnung bewegen. Als Rekaniere an die Couch andocken, wenn man sowas hat. Also um die Beine da draufzulegen. Also es ist als Trainingsgerät nutzbar. Und also dem sind kaum Grenzen gesetzt. Wenn ich in der Barhocker-Funktion bin, kann ich wieder auch extrem viele verschiedene Sachen machen. Ja, und einfach in Bewegung bleiben, mobil bleiben, mobil werden. Und also wenn du keine Höhenverstellbarkeit hast, dann ist auf jeden Fall der Mini, the weapon of choice, das, was du dir holen solltest, weil du dann einfach eine extrem große Bandbreite hast. Wir haben es jetzt ja schon relativ lange im Einsatz und schon viel rumprobiert. Also da kannst du gut und gerne auf 100 verschiedene Varianten und Sitzpositionen kommen. In dem Moment, wo du glücklicher Besitzer eines höhenverstellbaren Schreibtisches bist, ob nun im Homeoffice, zu Hause oder auf der Arbeit, was im Übrigen total wünschenswert und empfehlenswert ist, weil da ergibt sich dann wieder noch, noch viel, viel, viel mehr Variabilität. Wir haben da ja auch einen tollen Partner mit Elliot, Smart Furniture heißen die lieben Leute aus München. Da werden wir auch mal einen Link setzen, das ist so der Perfect Match. Aber das sollte wirklich auch jeder haben. Und wer es bereits hat, der hat dann, wir können das hier mal auch ein bisschen improvisieren, wenn ich jetzt den großen Paleo Chair hochkant stelle, also komplett hochkant, dann sind wir jetzt hier bei 90. Bei einer Höhenverstellbarkeit, je nach Körpergröße, wirst du vielleicht noch ein bisschen höher gehen. Aber in dem Moment macht es dann auch Sinn, sich einen großen Paleo Chair zuzulegen, der jetzt hier reingeschoben wird, vom guten Strong. Denn dann, gehen wir mal direkt über die Barhocker-Funktion, dann kannst du den, der jetzt eben 70 ist, wenn der Paleo Chair Mini 60 auf 60 ist, der dir dann diese Barhocker-Funktion bietet für, in Kombination, und ich stehe, bin in der Stehfunktion am Schreibtisch und ich habe als Rückzugskriterium jetzt den großen Paleo Chair. Und man kann es jetzt hier nicht so ganz so gut zeigen, man kann natürlich da dann auch wieder extrem coole Sachen machen. In dem Moment kann ich ja auch mit dem Tisch, Entschuldigung, mit dem Tisch, mit dem Paleo Chair unter die Tischplatte drunter und kann wieder in den Langsitz gehen und also auch nochmal sehr, sehr, sehr viele, viele verschiedene hilfreiche Positionen einnehmen. Ich kann mich entscheiden, auch tatsächlich eine Dehnübung zu machen. Das ist einfach ein ganz anderes Universum als so ein, Entschuldigung, blöder, nachweislich ungesunder Stuhl. Deswegen würden wir uns wünschen, dass das viele Menschen erkennen und davon wegkommen und aufhören, sich damit zu reinigen und das Rad umdrehen und hin zur Glückseligkeit steuern. Wenn wir jetzt die normale Sitzfunktion strapazieren, ich nehme jetzt mal die weiche, fluffige Seite nach oben, das heißt der Reißverschluss ist unten und jetzt nehme ich mir mal das Kohle-Anthrazit-Kissen, dann ist es natürlich so, dass ich auf dem Paleo Chair Standard, also den großen, den maximalen Spielraum habe. Ich bin jetzt relativ groß mit 1,87, überdurchschnittlich groß und für mich ist es natürlich schon toll, wenn ich so eine ganz große Spielwiese habe, wo man sogar teilweise auch nochmal was drauflegen kann. Das berichten uns auch die Anwender. Wenn ich meine Buchhaltung mache, dann habe ich hier auch irgendwie um mich ein bisschen Kram drumherum, das ist da dann auch nochmal drauf. Ja, also es bietet einfach da nochmal mehr Möglichkeiten. Wenn man mobil ist, kann man hier auch schön in den Gerätstütz rein. Also wenn die Höhenverstellbarkeit da ist, dann ist der Große die erste Wahl, oder du grundsätzlich viel Platz hast. Prinzipiell muss man schon sagen, der nimmt schon ein gewisses Volumen ein, das muss dir klar sein, wenn du dir einen großen holst, dass du wirklich auch das vorher mal ausmisst. Im Übrigen werden wir oft gefragt, was hat der für Maße, wie schwer ist der? Ihr findet das bei uns auf der Homepage, da gibt es technische Details. Und der Rest ist einfach auch Erfahrung. Es ist also schwer, sich das jetzt zu erdenken, sondern das ist etwas, was man einfach erfahren muss. Und das fängt halt damit an, dass man sich so ein Ding bestellt. Und natürlich ist es im Beschreibungsfeld verlinkt. So, ich denke, es ist alles gesagt. Und ich hoffe, das war jetzt nochmal hilfreich, auch eine gute Entscheidungshilfe. Denn darum geht es ja auch nur. Also in erster Linie wollen wir euch helfen, gesünder durchs Leben zu kommen. Und da ist Bewegung einfach ein wesentlicher Anteil. Und wenn ich jetzt Bewegung in Sitzen reinhole, ist es einfach eine riesen, riesen Chance. Und ich wünsche mir natürlich und hoffe, dass du diese ergreifst und nutzt. Und auch direkt ein fettes Däumchen nach oben gibst für dieses Video. Abonniere uns, falls du es noch nicht getan hast. Nach dem Abonnieren Glocke aktivieren. Hier unten kannst du auf Instagram vorbeischauen. Im Beschreibungsfeld unten findest du auch die Links zu allem Möglichen, was wir jetzt erwähnt haben. Genau, einfach auf mehr Zeichen klicken, wenn du im PC oder Laptop bist oder aufs kleine Pfeilchen, neben dem Videotitel, wenn du ein Handy benutzt. Und genau, dann wirst du da weiter navigiert. Hier gibt es zwei unserer letzten Videos. Wir haben zuletzt das ein oder andere Follow-Along online gestellt. Ein Training hat das Dorn vorgetont. Ich habe eine sehr, sehr umfassende Mobility und Stretching-Routine online gestellt. Das gehört natürlich nach wie vor dazu. Aber wenn ich das kombiniere, eine clevere Bewegungspraxis, eine Movement-Praxis plus gesundes Sitzen, dann will ich schon mal sehr, sehr weit vorne. In diesem Sinne sind wir da raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.